Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Knoten, und wir zocken. Heute Prism Architect, wie der Name schon sagt, geht zum Prism Architect darum, ein Gefängnis zu bauen. Und ich würde sagen, wir beginnen. Gestern im Livestream habe ich schon begonnen. Moment, das könnten wir... Nein, wir machen ein neues Video. Das können wir uns da in den Geld. Den... Den Geld. Den Geld. Den Geld. Ich sag' den Geld. Ich sag' den Geld. Ich sag' den Geld. Dieses Let's Play wird für den Spide wie Tarko von dem Kanal auch schon, je nach... ...Aber ich glaube, wir werden mit diesem Let's Play den Tarko durchsetzen, denn es ist ja schon ein etwas älteres Spiel. So. Und der Alpha. Und Mann, so hat das noch Peter. Und nein. Ich bin immer am Alpha. Aber es ist extrem sichtgefahren. Aber man ist wirklich in Hammer, um dieses Video zu machen. Eine Folge wird ungefähr 15 Minuten gehen. 15 Minuten jeden Tag und ja und und da ist eine dabei Oh Leute, oh oh oh, wieder Arm fail, so wie bei so in jeden Fall. So jetzt sehen wir, wir haben hier gar keinen Strom und dann gehen wir einfach auf Antilities und dann haben wir eine Power Station, die wir jetzt bauen wir mal hier hin und einen Water Station und dann kommen wir mal hier hin, dann müssen wir hier rein, jetzt hier rein, also wir finden alles nicht mehr, das ist extrem, das Game. Oh doch, wie ich mir jetzt gesagt habe, extrem suchgefährdend, aber das ist ja, das ist Wahnsinn. Ja und morgen, also je nachdem man nur dieses, nein morgen, gestern kam ja eine neue, ja doch, heute, nein morgen, morgen kommt ein brandneues Let's Play. Ich bin auf meinem Kanal, ich bin jetzt schon drauf, oh ja, es wird so nice, ich hoffe es funktioniert auch, mal wo, wird's rausgeswitcht, mal ein PC schauen, beziehungsweise ich habe ja keinen PC. Nein, ich habe ja keinen PC, ein Laptop, mein Laptop ist einfach besser, mein Laptop ist besser, mein Laptop ist besser mit der PC. Jetzt, wie solltet der Strom hier, was soll denn ist der Scheiß? Präpariert schluss dir nicht. Smooooove Mmooooooon Mehhhhhh Teidels Oooooooon Weihnachtsss 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 Jeård alt ist Weihnachten Oh Gott Komm. Pfff 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 Ich hab kein Ding Pfff Pfff Weihnachten Komm. Dann... Oh, Nein! ein schweizfest das gefangen jetzt ist das passiert die die dann gibt es hier noch die Kapazitator die können wir hier einfach einmal aufholen Ohhhh 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 Dann haben wir Kranz am Leben Wir kommen hier immer Schaut Hier 20 20.000 bekommen wir es wenn wir es annehmen 10.000 wenn wir es schaffen und hier mit diesem Auftrag die wir angenommen haben müssen wir eine Holding Cell bauen und wir laden damit wir hier rumlaufen können Küche, eine Kantine zwei leichte Garts und zwei leichte Garten und wir brauchen Strom 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 hee Ahääääntee tutt nicht Hahahaha Ehm Optits hier Das war hier 4x4 So, 6 Reifen, 6 Gefängnisse. Was ist da? Filing Kabinett. Office. Staff. Dann können wir hier jetzt mal den Fängnissen machen. Also wir haben ein neues Fenster geöffnet. Hier können wir Sachen freischalten. Zum Beispiel eine Main-Tage. Main-Tage. Das ist so ein Bautück halt. Der kostet jetzt auf 500 Dollar. Und dann, wenn wir den haben, müssen wir den auch in ein Büro reinsetzen. Dann können wir ja klonen. Also Gebäude kriegen. Ground-Tipping. Also Gärtner. Cleaning-Tip. Foreman. Reiniger. Und dann Prison-Labor. Also dass die bei uns arbeiten gehen. Hier bei Finanz haben wir eine Sekretärin bzw. eine Finanzbuchhalterin. Und hier ist Security. Da kann ich halt härtere Cops und so einstellen. Nein. Ob das so scheiße. Ich weiß nicht. Am Dienstag habe ich ja gestreamt. Ich weiß nicht. Ob es jemand gesehen hat von euch. Ähm. Ja, da habe ich dieses Game auch schon angezeigt. Eigentlich wollte ich ja auch den Streamier aufrufen. Aber ich kenne mich da ja überhaupt nicht. Streaming-Sizeite, was das andere ist. So, so langsam hab ich mal kapiert, dass man Twitch erstmal einen Schlüssel hat. Und dann kannst du streamen. Und dann kannst du streamen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du ohne dich anzumelden, könnte ich jetzt hingehen und über Krong streamen. Ja, wir haben den Chief freigeschalten. Den setzen wir in dieses Video. Ähm. Oh Gott. So. So. Sauer. So, was brauchen wir noch? Wir sind erstmal eine Schauer. Das hier wird von oben so. 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 So das ist immer hier. Oke! So. 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 impacts. So. 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 So, dann bauen wir hier noch Toilette rein, weil an die Holdings her ist, dann kommen die Gefangenen hin, wenn sie vor sie in ihrer Zelle kommen, also die Vorbereitung des Dinges, wo sie jetzt getestet werden. Oh, wir haben mal freigeschalten, ne? Der hat vorne was, du wachst mir zum Cleaning, das ist noch hier noch ein, Leune, oh, das ist ganz gut verstanden, ich bin mit Patronien auch, das brauchen wir auch. So, äh, wo müssen wir jetzt draufklicken, ah, hier, ähm, Cartman, so, oh, jetzt sind wir, wir haben kein Geld mehr, oh, nice, 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 wir haben nicht mal die Hälfte von Klappen. Ja, hier muss ich auf jeden Fall noch eine Warte, um 2.500 Euro, dann kann ich hier eine Mauer ziehen, für die gute Küche, für die gute Küche. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Fuck, das ist falsch. Nein! Nein, was ist das? Schuss. Das war nicht schlimm. Aber, das war nicht schlau. Das wäre mir mal was Neues. Das ist das, das ich schlau. Ich hab dir. So, was brauchen wir denn noch? Nur einmal, hier und hier. Bande. Ganz wichtig, Tables. Tables. Die stellen dir das sonst wirklich einfach auf den Boden. So, French. Kühltruhe. So, dann Strom. So. So, jetzt gehen wir hin. Jetzt, warum wird das Gebäude nicht? Jetzt, warum wird das Gebäude nicht? Uff. Hab geht's. So, aufbrechen. So, jetzt gehen wir hin. Das hier wird dann die Kanteil. Die Kanteil. Die Kanteil. Dismantung. Die Kanteil. Die Kanteil. So, dann Tische. Tische. Und wir haben nicht Monster-Zelt. Deil, Leute. Na, oh, fucken. Die Kanteil. Oh, fucken. Wie viel Bankia hab ich mir jetzt gekauft? Oh, ja, gut. Das ist fucking awesome. So, für 5000 Euro kaufe ich mir jetzt erstmal. So, muss ich mir leider erstmal. Sein Gefängnis. Oh, die haben ja noch Bäume. Die haben ja noch gar nicht. Die haben Bäume fallen. Um an, na, Dreh zu kommen. So, die haben wir schon zu kommen. Oh, okay. Oh, oh. Oh, oh. auch von nun weinhalb der wuppen weinersen um also am Tag der Aufnahme heute ist Mittwoch um um 20 Uhr und Far Cry also das Internet ist so mega Lama was ist das ähm ja was wollte ich jetzt grad sagen was ist das stimmt ähm so also Upload Far Cry 3 Far Cry 3 LAT hoch das LAT ist es gerade es kommt dir an also Far Cry 3 trage mich vor um am ersten Tag raus zu hauen wo auch äh hier dieses Gameplay raus zu hauen ok was ich einfach mal sagen danke fürs zuschauen liebe Leute danke dass du mir zugesehen hast bei der Knoten ich wäre auch sehr ich fände es genial wenn du mal auf meiner Facebook Seite vorbeischauen würdest www.facebook.com slash der Knoten oder einfach auf Twitch oh Twitch Livestream oh nice muss man sich mal geben ich würde sagen oh ja machs gut und hau rein bei der Knoten im 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 Vielen Dank.